Ja hallo, herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play Saints vs. Third mit Snoop, Gehirn und mir Elo und ein Helikopter ist hier umzusehen. Der Helikopter ist in irgendeiner Mission wahrscheinlich, ne? Ja, ja. Bestimmt auch schon. Aber ich fahr grad ein bisschen planlos durch die Gegend. Ja, weil wir keine Mission haben, ne? Nein! Dann nehmen wir's am Ende. Da ist auch schon wieder die Swagger angegriffen. Hm, wir müssen zum Broken Shillelagh. Weg zum Broken Shillelagh. Komm zum Broken Shillelagh. Wir können alle da sprechen. Alle uns? Okay. Was? Nichts, magst du dir das? Ich versuche dich nicht, aber ich kann dich nicht, wie du es möchtest. Und desinfizieren von innen. Hm, hm. Ah, die Bullen fahren vorne echt, fährt sich echt gut. Schnittig. Wie ein Brett. Oh, du bist aber schön ausgestiegen. Hm. Na, Seitenrolle. Murder Brawl. Ja. Ja. Cobain, du musst ihn verletzen, seine Reputation. So, was? Wir humiliieren ihn? Wir können nicht nur die Böden töten? Wir nehmen die Maske, und alles, was ist Eddie Pryor. Es ist schwer, als er töten. Ich weiß, das ist eher Angel's. Cobain wird niemals auf Engel verletzen. Er ist mehr Angst von Engel, als ich? Ja, keine Offenheit, aber du bist irgendwie schuldig. Rennst du. Du schaust nicht in einem Speedo. Endlich Wrestling. Endlich Wrestling. Warum fliegen wir zur Sporthalle? Und warum fliege ich hier? Und warum fliege ich? Ich habe keine Ahnung. Und vor allen Dingen, mit was schieße ich hier? Mit deiner Faust? Nee. Aber es geht irgendwie keiner tot. Sieht aus wie eine Radarpistole. Das ist die Schallkanone. Sieht so im Hubschrauber so komisch aus. Es ist ja klar, dass ich da von hier oben drauf alles schieben, was ich will. Ich glaube, ich bin hier oben eh nichts mit der Schallkanone. Und wie echte Wrestler. Äh, steuerst du das Auto gerade fern? Hm. Nee, wir sollen neben dem Fahrzeug schweben. Wie blöd. Na dann. Ich dachte, wir könnten hier vielleicht mit, äh... Hm, fahren wir fliegen mal runter. Mit nem Dings, äh, mit so'n... Nicht sitzen bleiben, oder? Ja, ja. Weib doch neben dem Fahrzeug. Bleib nah dran, oh mein Gott. Äh, ich fahr nicht so schnell, okay? Wie, du fährst jetzt... Fährst jetzt mit dem Auto, oder was? Hä, und ich muss mit nem Hubschrauber hinter dir her? Ja, weil... Damit ich... Alter, ich bin abgestürzt. Ah. Ah, wieder hoch. Wo müssen wir eigentlich hin? Ich muss hier 15 Fußgänger umlegen. Oh. Oh oh. Ich glaub, unser Hubschrauber ist in die Luft geflogen, oder? Ja. Da rennen so Typen mit dem Hasenkostüm rum, weil ich glaub, wenn ich das einfach schneller mache, dann... Hm, oh man. Ich denk, die Mission ist besser. Ja, da kommt die Wrestling-Szene. So, jetzt bin ich wieder hier. Wo muss ich jetzt wieder hin? Muss ich jetzt wieder dahinter fliegen? Da, 87 Meter. Ah, nicht gegen jemand. Nicht gegen jemand. Lalalalalalalala. Ja, ja. Das bist doch gar nicht du, der da fährt. Du sitzt doch noch im Hubschrauber. Ich steuer den doch fern. Ach so. Also, achte, er hat's nicht gemacht. Okay, ich bin hier. Da sind gar nicht so viele Fußgänger, die man hier umlegen kann. Die stehen doch alle vor der Mörder-Brawl-Halle, oder? Oh, da. Da steht alles voll. Ich muss wieder hoch. Oh, vor allem voll die Saints-Flow überfahren. Und die ganzen Professor Genkis. Das Scheiß-Ding ist besessen. Das Scheiß-Ding ist besessen. Nein. Oh, da waren so viele Fußgänger und ich hab mich einnerwischt. Die schönen Saints-Flows. Ja. Oh, jetzt fahr nicht so weit weg. Ja, 80, alles gut. Signalsteil ist noch gut. Komm doch hier nicht, komm doch hier nicht so hinterher geschaukelt. 14, 15. Ja, gebt dich zur Tankstelle. Wir müssen jetzt hier drüben zur Tankstelle. Mein Gott. Okay. Bist du innen dran? Ja, ja. Okay. Ich bin da an der Tankstelle. Okay. Ich fahre mit dem Auto in die Tabsäule. Warte. BAM! Hätte ich dir sagen sollen, du bist ein bisschen weiter weg, ja. Ja, hat uns aber, glaube ich, nicht so erwischt. Gebt dich zum Hafen. Warum? Hätten die ganzen Gegner umgelegt von ihm. Ich möchte doch wrestlen. Wir müssen seine Gegner erst ausschalten. Ja, stimmt. Dann haben wir schon wieder etwas an. Jan, du bist meinst. Warte, das ist einfach. Ich bin wirklich extrem, wenn es nicht macht. Ich bin wirklich cool, dass die Joghäste mit anderen Sachen angehen. Wir sind ja nicht so fühlen. Die Elektromatik ist gut für das, too. Nicht gut genug, ich denke. Da muss ich denn da hinfliegen? Ja, ist ganz schön weit weg. Oh, hier ist irgendwie ein Flugzeugträger gesunken. Bebe mit den Booten. Neben den Booten. So. Ja, du musst... Sind das jetzt Ziele, oder was? Ja, jetzt habe ich eins. Du bist jetzt der Blaue, okay. Wo müssen wir hin? Da zur Strandparty. Ah ja, genau. Voll Karaho rein. Die Booten sind so gefährlich, als Helikopter. Traskan-Teddy ist auf einem Sky-Tour. Da hinten ist er. Aber irgendwas schießt jetzt auf uns. Okay, dann mal den Helikopter von... Blut on the Water. Oh, das ist der Hubschrauber ist da. Ja, aber so treffe ich ihn nicht. Du musst mir den schon vor die Linse kriegen. Also hoch. Ja, höher, 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 höher. Und näher ran. Jetzt habe ich ihn. Ich habe ihn. Stürze in den Hubschrauber. Jetzt muss ich auch noch einen anderen Hubschrauber erwischen, oh man. Oh mein Gott. Du musst ein bisschen, ja, musst dranbleiben. Ja, ich kann nicht dranbleiben, weil es latenztechnisch nicht so optimal ist. Ja, der will sich nicht von mir abstürzen lassen. Der bleibt da sogar extra stehen. Und dann fliegt er immer zur Seite hinzurichten. Bam. Flughafen. El Presidente. Oh, der El Presidente. Aus Gura Camilla. Ja, ich denke mal, das kann es. Das macht Stack wieder böse Sachen. Ich bin hochkonzentriert. Da kommt El Presidente. Jetzt schwebe ich ihm den Panzern. Genau, irgendein Panzer erwischen. Ich habe ihn. Aber ich sehe noch nicht, wo der Wrestler ist. Und das war mein Panzer? Brauchen wir noch einen? Ja, da ist er noch genug. Er will weg. Oh, da ist kein Auto mehr. Können wir den Panzer auch schneller fahren? Okay, das war der Panzer. Lieg mal ein Stück näher ran, sonst bieg ich den nicht. Da oben ist doch noch einer. Ja, aber der fährt weg, der Typ. Weißt du? Dann würde ich hier sonst weg. Auto nehmen. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Das ist das Problem. Ich auch nicht mehr. Ich glaube, der da war. Also, ich sehe ihn auch nicht mehr. Ich glaube, der ist abgehauen. Ich habe hier ganz viele blaue Markierungen. Dreh dich mal, 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 ja. Das ist er. Da hast du ihn. Nice. Nice, nice, nice. Mörder Brawl, Mörder Brawl. Okay. Okay. Die besten! Es ist ein Lass-man-standing-match mit zwei BROKEN LEGS! Trust me, little Icarus. Du fliehst zu nahe zu den Sonnen. Oh mein Gott! Quit being a bitch and put your mask up. Wenn du bist, wenn du bist wegen der Walking Apokalypse, ich glücklich dir werde. Ich bin glücklich. Die besten! Die besten! 17 Titelverteidigungen in einer Nacht. Und mit zwei gebrochenen Beinen. Im Last-man-standing. Er musste noch stehen, damit das funktioniert. So sieht's aus. So. Was macht er denn hier? Muss ich mal Geld abheben? Der dicke, dicke Wrestler. Und das reicht nicht. Es reicht nicht. Wofür nicht? Die Weithändigkeit MPs reicht es nicht. Mundgranate, Mundschrotflinter. Waffe, Schallknall. Schnelles Nachladen. Fahrzeuge. Fähigkeiten Naito. Ja, auf alle Fälle. Naito und du fährst. Definitiv. Mach mal hier den, den SUV. Ist nicht der Mörder-Boer hier drin? Ähm, ne, ich glaube das ist ein Casino. Mal gucken. Na, also wir sind kurz auf alle Fälle vor, 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 vor Ende. Du hast abgelehnt. Ach so. Ja, wir sind ja kurz vor Ende. Das heißt, wenn wir das jetzt hier annehmen... Aaaaaaaaaaaaaaaah... ...ich muss doch wrestlen. ...dann... ...muss ich halt mittendrin Pause machen, deswegen... ...aber wir müssen doch da eh erstmal hinfahren, oder? Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Musst du annehmen. Ja, du musst hinfahren. Oh, ein Tempomat. Das wird interessant sein. Bei mir ist Schiff. F ist Hupe. Super! Okay. Achso, warte mal. Nein, das Navi sagt, ich muss da drüben andere Straßenseite fahren. Ja, dann machen wir das noch. Na, ne Wende. Jetzt, ach, einmal Schiff drücken ist Nitro. Ja, okay. Theresa, gedrückt halten. Aaaaah! Aber wenn man Nitro drückt und Tempomat microorganismi hat, dann müsste es doch eigentlich ganz schön abgehen. Okay. Das müsste es, naja das ist noch nicht ganz gewesen, aber sonst müssen wir gleich mittendrin Pause machen. Deswegen machen wir jetzt einfach mal jetzt Pause und begeben uns dann ins Sweet Count. CASINO! Tschüh! Tschüß!